Den Stier erwartet ein Jahr mit Höhen und Tiefen. In deiner Beziehung und im Familienleben gibt es einige Turbulenzen. Die unruhige Zeit hat aber auch etwas Gutes. Du wächst mit deinen Lieben noch näher zusammen. Wenn es schwierig wird, bekommst du Hilfe und ihr meistert Probleme gemeinsam. Das ist übrigens ein guter Tipp für das ganze Jahr und jede Lebenslage. Lass dir Zeit und hol dir Unterstützung. Trotz der Turbulenzen wird dein Jahr voller Liebe und neuer Erkenntnisse sein. Du schaffst es, alte Dinge abzuschließen, Ordnung in dein Leben zu lassen und schaffst so Platz für Neues. Ab Juni hast du jede Menge neue Ideen, die deine finanzielle Möglichkeiten verbessern. Auch wenn der Sommer hektisch und stressig wird, verlierst du das Wesentliche nicht aus den Augen. Im Laufe des Jahres entwickelt der Stier eine neue Fitnessroutine. Du lernst dein Geist und deinen Körper nochmal neu kennen. Apropos, vergiss auch nicht stündlich ein Glas Wasser zu trinken. So schützt du dich vor Kopfschmerzen und Müdigkeit.